Das letzte Stück, ich spüre den erneuern, das ist ja. Und ich wünsche euch dazu noch viel Vergnügen. Kani! Kani! Kani, wo bist denn? Wo bist denn? Ja, habt ihr mir den Kani gesehen? Ich weiß nicht. Ich habe mich schon so warm nicht gesehen. Ich weiß nicht, woher ich bin. Kani! Kani! Was ist denn, du alte Zöger? Was hast du für ein Bier? Was hast du in die Kani gesehen? Kani! 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 Die Gabi ist auch schon da. Ja. Die Gabi. Kani! 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 H. Kani! Kani! Ja, ihr-iger ist ja ne Бöcient. Die hat uns einen Teil doch nicht eingeschoben. Wer? Wer sind Horken, Horken. Die Horken, die Horkerl-Maschinen. Die hat mir in die Armsl üsteck. Hört, hast du den Horken nicht eingeschaut, du tärisch eh, du tscher nicht? Dies, Peppert, auf dies, Peppert, was schreibt er, du sollst meine Urraschern? Hört, was hast du da für Hörn schon gehabt? Denk ich sei eine Füttung von mir. Da brauchen wir aber nimmer mehr Gehebtwaschen. Panilu-Rubor. Na, was machen wir heute? Wem seid ihr mein? Ein Mann oder eine Frau? Eine Frau? Wann hast du die liebste Frau gehabt? Papa? Oh, 19, 1936. Ich bin nicht schon lange geheuer. Wieso? Jetzt ist 20 Uhr, 31. Füchterpuffel. Nein. Und, wen besögen wir jetzt? Der lustige Hubsi. Der lustige Hubsi. Na gut, dann besögen wir den Hubert. 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 Wer macht's alle mit? Hubert. 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 Na, da ist er ja schon der alte Scheisse. Hubert. Was hast du gesagt? Servus Hubert, hab ich gesagt. Ich bin der Puffel. Und du nicht alle will alle anstrecken. Hubert. Wenn du uns ein paar Sachen sagst, dann sag ich dir wie alt du bist. Warum müsst ihr wissen wie alt ich bin? Ich weiß ja selber nicht. Na, wenn du uns ein paar Sachen sagst, dann sag ich dir wie alt du bist. Na, dann sag ich mir wie alt ich bin. Na, dann heb ich mal deinen rechten Fuß. Rechten? Nein, nein. Ja, das versteht sich. Hubert. Ich hab ja gesagt den Linken. Das ist ja der Rechte. Meinst du den anderen? Na ja, jetzt heb ich mal den Fuß. Und dann sagst du mir wie alt ich bin. Ja sicher. Wo ist der Pummschen? Wo ist der Pummschen? Nein. So, und jetzt hebst du mal den rechten Fuß. Und jetzt den Linken dazu. Na, das geht ja nicht. Na hoch zu. Jetzt gehst du mal im Gras. Aber ganz langsam, weil sonst wäre ich schwierig. Hubert, tanz mit mir. Oh, sagst du, tanz mit mir. Hubert. Hubert, jetzt mach einmal den Bademantel auf. Aber dann sagst du mir wie alt ich bin. Mach einmal den Bademantel auf. Du bist der Pummschen? Nein, hab ich gesagt. Na. Du bist der Pummschen. Das hätt er eh, das hätt er eh aufgegangen. Huuu. Huuu. Geeh. Geeh. Gess is da. Guss. Guss estás? Wir treu dich. Na Hubert, jetzt sag ich dir wie alt ich bin. Du bist 87 Jahre und einen Tag. Wieso warten du so genau? Ja, dann mögen wir gestern alle auf deiner Gefuhrzugsferne.